So, lese das mal in deutsch. Warum liest du das nicht in deutsch? Wo ist das? Ja, willkommen. Ja, komm mal, das ist auch neu. Guck mal, das ist eine schöne Blume. Warte mal, habe ich überhaupt an? Ah ja, läuft. Ja, ich habe es gesehen, auf der Rückseite stand deutsch und dachte, wieso steht auf der Rückseite deutsch? Das macht doch gar keinen Sinn. Dann habe ich gemerkt, dass man das drehen kann. Das macht doch gar keinen Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020